Lieschen, hier ist Nomad. Over. Ein Amber Ruin Käufer verhandelt mit Sentinel über eine Gaslieferung. Hören Sie die Kommunikation ab und identifizieren Sie den Käufer und seine Organisation. Sobald wir die Identität kennen, bringen Sie einen Sender der Ware an, damit Rainbow Sie lokalisieren und die Organisation des Käufers zerschlagen kann. Lassen Sie sich nicht sehen. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Bin dran. Nomad out. Oh, eine Stealth-Mission. Sehr geil. Dann brauche ich erstmal noch ein paar Bandagen, die wir in der letzten Mission verbraucht haben. Und dann geht es weiter. 1, 2, 3. Hier können wir auch nochmal nachfüllen. Spritzen. Sonst ist alles voll. Prima. Können wir was machen, dass wir nicht so schnell entdeckt werden hier? Ausdauer. Genauigkeit. Machen wir mal Ausdauer. Vielleicht hat das irgendeinen Einfluss auf die Haltbarkeit der Gasfilter. Das weiß ich nicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nachtsicht ist hier ein Muss, denn ich habe ja natürlich Dunkelste Nacht aktiviert. Sieht aber schon mega geil aus, ganz ehrlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sieht mega geil aus. Aber gut. Wir müssen das Ding da hinten erreichen. Kein Problem. Fallschirm. Wobei wir es nicht schaffen werden, zwei Kilometer im Fallschirm zu gleiten. Würde ich einfach mal so behaupten. Aber da unten ist eine Straße, da können wir bestimmt ein Fahrzeug abfangen. Was haben wir denn da unten? Die Sicht auf einmal so gut. Gaszone voraus. Die ist riesig. Oh Gott. Mir hat aber keiner gesagt, dass da Drohnen unterwegs sind. Gas, Maske. Jo. Wir müssen neue Filter. Gut, 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 gut. Und eine halbe Kilometer durch den Wald ist vielleicht nicht so geil. Vor allem nicht mit der Gasmaske. Wie viel haben wir denn noch? Zwei Filter haben wir noch. Das könnte knapp werden. Vor allem. Das sieht einfach so geil aus, ganz ehrlich. Ich finde, das sieht so geil aus. Eieieiei. Brutal. Brutal. Da mit Nachtsicht, ja. Gibt es da oben vielleicht ein Fahrzeug? Gehen wir doch mal schauen, ob die ein Fahrzeug dabei haben. Drei Stück haben wir. Das ist ein Zivilist. Feuer auf mein Kommando. Ich sorge nur für Freiband. Hier ist nichts Verdächtiges. Bei mir auch, check. Ähm. Feuer. 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 Meine Güte. Könnte es vielleicht schießen, bevor der, den ich angreife, droht umfällt. Ei, 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 ei. Mein Gott. Jetzt muss ich jetzt schon eine Spritze verbrauchen. Ist gar nicht so geil. Ähm. Dahin müssen wir und da gab es kein Fahrzeug. Leider. Mann. Mann, Mann, Mann. Ich dachte, die greift jetzt an, sobald ich dem das Messer in die Brust ramme. Aber da habe ich mich geirrt. Vorne haben wir noch ein paar Gegner. Da ist das ein Motorrad da? Ne, das ist ein Busch. Oh, die haben Licht da vorne. Nimm du den rechten. Bewege mich zum Ziel. In meinem Gebiet ist nichts. Ähm. In meinem Sektor rührt sich auch nichts. Ich hab den Zero. Drei. Zwo. Eins. Feuer. Der Commander wurde seines Amtes entfohlen. Sehr gut. Der hat noch eine Maske dabei für uns. Ähm. Gasfilter meine ich. Aber immer noch kein Fahrzeug. Verdammt. Schlagen wir uns eben weiter hier durch den Wald. Ich bin ja schon echt versucht, das Nachtsichtgerät einfach auszulassen. Weil es echt geil aussieht. Ich hätte schon viele Beschäftler aufgehoben. Oder dann? Pass auf, dass du keine Zivilisten alle mal aufgepasst. Wir haben gerade Besuch bekommen. Gegner am Boden. Nein, du wirst nicht gebraucht. Eigentlich. Nur manchmal. Wieder Bambis. Und eine Spritze. Sehr gut. Ein Filter ist wieder bei 40%. Das ist schlecht. Feinde in Reichweite. Jawohl. Ich glaube, die nächste Mission machen wir dann mal als Sophia. Den Skin Sophia. Im Moment habe ich ja den Star-Mind-Skin. Ich habe aber ja auch den Sophia-Skin gekauft. Den könnte ich auch noch spielen. Das werde ich dann in der nächsten Folge tun. Also abonniere meinen Kanal. Damit du auch beim nächsten Video benachrichtigt bist, solltest du dann noch die Glocke aktivieren. Okay, hier dürfen wir nicht gesehen werden. Da drehe ich mal den Filter aus. So, finden Sie heraus, wo das Geschäft stattfinden soll, ohne dabei entdeckt zu werden. Gut, das sollte machbar sein. Darf ich jemanden töten? Das ist die Frage. Äh, Ther-Äh, ähm, Thatcher? Oder bist du... Ash? Team, Position halten. Team, wartet hier. Team, stopp. Aktuelle Stellung beibehalten. Verstanden wird. Ich weiß nicht mehr, was ich alles für Commands gesetzt habe. So. Alter. Das sieht halt so cool aus. So, da haben wir einen Wissenschaftler. Macht euch auf was gefasst. Da sind Feinde im Gebiet. Natürlich sind da Feinde im Gebiet. Kann ich das Ding kaputt machen? Ich weiß es nicht. Das Licht. Will nicht riskieren, dass die Feinde auf mich aufmerksam werden. Vielleicht sollte ich aber auch ganz einfach mich einmal da hinlegen. Und dann mit der Drohne mal ein bisschen scouten. Wo denn überhaupt Infos sind? Ach, das ist eine Gasstation. Filterstation. Ich bin gar nicht direkt erkannt. Oh mein Gott, ist das Gebiet so groß. Oh mein Gott, ist dieses Gebiet so groß. Immerhin gibt es in diesem Gas keine Scharfschützen auf dem Dach. Weil die Sicht so stark eingeschränkt ist. Wie soll ich denn noch was rausfinden? Ihre Aktivitäten und ihre Drohne müssen entdeckt bleiben. Ja, das hab ich kopiert. Das ist schwer zu sagen. Ich hab nicht gern Wachdienst. Wenn ich nichts sehen kann, wird lieber in ein paar Asche treten. Komm du mal mit. Was? Warum hat der mich gesehen? So dunkel. Toll. Bin da. Ich eröffne das Feuer. So, Einsatz hier geschlagen. Geil. Bitten um Unterstützung. Over. Warum muss ich jetzt hier den Einsatz wiederholen? Ich muss aber hoffentlich nicht wieder alles machen, oder? Das wäre echt mies. Erneut versuchen. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht wieder zwei Kilometer durch den Wald latschen. Das wäre doof. Aber normalerweise gibt es ja Checkpoints. Und? Jawohl. Checkpoint. Sehr gut. Gut, gut. Nun denn. Jo. Ich weiß halt nicht genau. Es soll irgendwelche Behälter... Moment, das ist doch ein Gasbehälter, oder? Es soll doch... Habe ich das nicht eben richtig verstanden? Ich soll... Ähm... ...irgendwie Sender an die... ...an die die Container packen? Ich stelle mal auf Einzelfeuer. Busch. Ich brauche einen Busch. Der Busch ist nicht ausreichend. Die Frage ist, dürfen Leichen entdeckt werden? Das ist korrekt. Das ist korrekt. Gasfilter wieder. Halb geflaggt. Wo ist dieser eine Gasbehälter? Äh, diese... ...eine Gaslieferung? Da. Ich will jetzt mal gucken, ...wie ich da was machen kann. Boah! Alter, das war knapp. ...eine Mal in der Kampf bitte. Willi, ich... ...bring mich! ...hahaha... ...gut. So, genau, dann auch. Drücken mal E. Da, komm. E macht nichts. F auch nicht. ich kann ich gar nicht so wie soll ich denn daraus finden wo dieses geschäft statt ich bin irritiert immer gasfläche austauschen ist das eine drohne? scheiße das ist eine drohne man wisst doch was man mit drohnen gut machen kann joh die hat es einfach entdeckt nein nicht die waffe ja komm oh gott scheiße 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 oh gott oh gott ich werde gleich von der drohne umgefallen oh mein gott hoch lebe das panther spree alter schwede das war wie viel panther spree habe ich noch drei gut wäre es natürlich wenn ich jetzt das sie viel wieder einsammeln würde na gut hauptsache die leiche wurde nicht entdeckt naja eigentlich hauptsache ich wurde nicht entdeckt eieiei warum hat der gerade öh Bapt die drohne wieder einen überfahren wo sie denn da drohne überfährt wieder eigene leute sehr gut sicher sicher so geht doch um ist dafür brauche ich eine leiche aber wir haben dahinten ja genügend ja genügend leichen für mich hat gerade keine da da hinten steht eine wache oder einer unserer kameraden das kann natürlich auch sein das ist ja nacht aber nicht unbedingt so viel zu heißen gibt es hier vielleicht diese infos die wir wollen hier gibt es einfach gar nichts also nichts was wir brauchen können auch gut gasfilter den können wir natürlich gebrauchen drücke ich mal schnell weiter vor seid besonders wachsam ne bitte nicht wenn wir uns mal in das gebäude rein von hier kriege ich nicht mit was da vor sich geht ich brauche einen besseren standort mit einer drohne können wir vielleicht mehr sehen in der fabrik nein 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 wo ist der hä da scheiße mission gescheitert ja scheiße verdammt nicht aufgepasst naja dann auf ein neues aller guten dinge sind rein ich war mit ein bisschen glück müssen wir uns jetzt auch nicht mehr reinschleichen da hätte ich echt besser aufpassen müssen filter direkt austauschen auch nö wir sind uns noch mal reinschleichen alles gut alles gut schaffen wir da wir jetzt ja wissen wo wir hin müssen kann ich vielleicht auch mit einfach mit der drohne dahin fliegen von hier kriege ich nicht mit was da vor sich geht ich brauche einen besseren standort mit einer drohne können wir vielleicht mehr sehen ihre drohne kann das lüftungssystem durchqueren oh das ist geil splinter cell oder metal gear solid ziemlich großes lüftungssystem alter da kann man ja fast stehen drin gefühlt zumindest ok hab nichts gesagt wird schon enger und entspricht alles ihren erwartungen für generale die von ihnen bestellte menge ist verfügbar und transportbedarf dann bitte betreiben lesion hier ist nomad deal abgeschlossen es ist unerlässlich dass sie einen sender an der ware anbringen und wenn sie schon da sind könnten wir eine spyware auf dem laptop des käufers brauchen um informationen zu sammeln wird gemacht nomad out und 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 Sender platziert. Die Ware kann raus. Oh mein Gott. Ich habe die ganze Zeit das Mikrofon stumm geschaltet gehabt. Verdammt. Na gut, dann schneide ich das alles zusammen. Ich wollte es eigentlich Uncut hochladen komplett, aber so werde ich dann jetzt die Suche nach den Containern zusammenschneiden. Naja, verdammt. Ach, dieses blöde Mikrofon. Ich das immer wieder vergesse. Gut. Gut, gut, gut. So. Was müssen wir jetzt machen? Ihre Aktivitäten. Wir wollen das Unbedeck haben. Ja, zerlegen Sie Spyware hinter einer biometrischen Tür. Gut, die habe ich gerade schon entdeckt, die Tür. Weißt du was? Komm. Sprengung! Diese Drohne. Ist mir zu sehr auf den Keks gegangen. So. Ich glaube, das hier sind die nächsten Wachen. Das ist immer so lange gedauert, bis man wieder loslaufen kann. Der Wahnsinn. Ach man, ließ mich ärgern, dass ich das Mikrofon stumm geschaltet hatte. Oh, verdammt. Ich war so gut. Ich war so richtig drin. Und dann war es sowas. Verdammt. Naja, kann man nichts machen. Sowas passiert. Passiert. Ich könnte es nachsynchronisieren, aber... Ich kann es ja auch einfach zusammenschneiden, weil im Endeffekt war es so spannend auch nicht. So, wo ist die Sache? Guck mal hier. Ist einer drin? Nee. Jetzt ist einer drin. Laptop verwandt. Nichts wie weg. Ist zwar keiner mehr da, der noch irgendwas machen könnte, weil ich alle getötet habe. Aber was soll's. So, wo ist denn hier der schnellste Ausgang? Dort. Prima. Ab geht's. Mit diesen Autos kann man übrigens nicht fahren. Da stehen... Da sitzen... Da liegen Leichen drum rum. Ich finde, das Auto sieht echt geil aus, aber man kann halt nicht mitfahren. Echt schade. Gute Muster. Wie weit muss ich denn weg? Was überhaupt, mein Team? Team, zu mir. Legion, hier ist Nomad. Software und Sender wurden platziert. Einsatzziel erreicht. Sie haben nichts bemerkt. Gut gemacht, Nomad. Jetzt können wir unseren Freund im Auge behalten. Verstanden. Over and out. Okay, dann war das die etwas pannenreiche dritte Event-Mission. Und ja, dann geht's in der nächsten Folge direkt weiter. Dann abonnieren. Wie heißt das Ding? Glocke aktivieren. Und dann wirst du ganz einfach benachrichtigt, wenn ich das Video mit der nächsten Folge hochladen. Dann freue ich mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.